Das ist Heinz. 1999 gründete Heinz IT-Konzepts auf seinem Estrich. Nach einer Weile zog er in eine kleine Garage in der Nähe von einem Feuerwehrdepot in Rotenburg. 2003 stieß Chris dazu und leitet seitdem den Vertrieb von marktführenden Softwarelösungen. Heute ist IT-Konzepts mit Büros in Rotkreuz und Chrisje in der ganzen Schweiz tätig und zählt über 50 bestens ausgebildete Mitarbeiter. Mitarbeiter und Kundenzufriedenheit stehen an oberster Stelle. Seit 20 Jahren sind unsere Consultants tagtäglich für unsere Kunden im Einsatz und unterstützen bei den Themen IT-Service-Management, IT-Operations-Management, Identity-Access-Management sowie Big Data-Analyse. Als unabhängige Firma verkaufen und implementieren wir führende State-of-the-Art-Software. Wenn es um die Automatisierung und Digitalisierung von IT-Geschäftsprozessen geht, dann ist IT-Konzepts Ihr Partner.